WrestlingDVDNews.com bestätigt das Erscheinen einer offiziellen Sting WWE DVD, welche am 23. September 2014 in den USA und am 29. September 2014 in Großbritannien erscheinen soll. Diese DVD bzw. Blu-Ray soll eine Ansammlung von Matches sein vom Anfang seiner Karriere bis hin zu seinem Match bei der letzten WCW Monday Nitro Ausgabe. Außerdem bestätigt die Website, dass es von Seiten der WWE Versuche gibt, Sting als spielbaren Charakter für WWE 2K15 zu bekommen. Sehr wahrscheinlich wäre Sting dann der Vorbestellbonus, so wie der Ultimate Warrior im Vorgänge. Wäre für euch Sting ein würdiger Vorbestellbonus für WWE 2K15? Schreibt eure Meinung in die Kommentare mit dem Hashtag Ja, Nein oder Jein. Bis Samstag um 20 Uhr zur nächsten World of Wrestling Games Ausgabe, dem wöchentlichen Videoformat, wo es sich rund ums Thema Wrestling Games dreht. Bis dahin, euer Franz. Bis zum nächsten Mal.